Taylor Swift heute in Gelsenkirchen. Fans campen seit vier Uhr. Taylor Swift begeistert ihre Fans in Gelsenkirchen. Am heutigen Mittwoch ist Gelsenkirchen der aufregende Mittelpunkt der internationalen Musikwelt. Die berühmte US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Taylor Swift macht im Rahmen ihrer Eras-Tour Halt in der Weltins Arena. Seit den frühen Morgenstunden versammeln sich treue Fans ihres Idols rund um das Stadion, um so nah wie möglich an ihm dran zu sein. Die Tickets für das Konzert waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft und der Vorplatz der Weltins Arena füllte sich ebenso schnell mit euphorischen Anhängern. Einige Fans wurden bereits um vier Uhr morgens dabei beobachtet, wie sie Campingstühle, Schlafsäcke und Banner aufstellten. Eine Gruppe von Freundinnen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die extra aus Hamburg angereist waren, erklärte, wir wollten unbedingt in der ersten Reihe stehen. Ein Konzert wie das von Taylor Swift erlebt man nicht jeden Tag. Fans from the Benelux countries, France and even Great Britain can also be found among the waiting crowd. In the digital age, such stories spread quickly and social media is flooded with pictures and videos of the waiting crowd. Safety is a priority. The organizers and the Gelsenkirchen Police have taken extensive security measures. Wir waren gut vorbereitet, sagte Polizeisprecher Alexander von Bayer. Unsere Einheiten kontrollieren kontinuierlich das Gelände und bis jetzt verlief alles äußerst friedlich. Tatsächlich sind keinerlei Zwischenfälle bekannt und die Stimmung bleibt trotz der langen Wartezeiten ungebrochen freundlich. Ein Blick auf die Setlist, die Erwartungen sind hoch und erste Gerüchte über die heutige Setlist machen die Runde. Insider vermuten, dass Taylor Swift einige ihrer Klassiker wie Love Story, You Belong With Me und Shake It Off performen wird. Aus ihrem jüngsten Album Midnights könnten laut Vorhersagen Songs wie Antihero und Bejeweled auf dem Programm stehen. Die Bühne in der Weltins Arena ist aufwendig und beeindruckend gestaltet. Die Fans spekulieren bereits über Pyrotechnik, Lichtshows und andere visuelle Effekte, die Swift bekanntlich mit äußerster Perfektion in ihre Auftritte integriert. Ein kulturelles Ereignis. Das Konzert von Taylor Swift in Gelsenkirchen ist nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern gilt auch als kultureller Höhepunkt für die Stadt und ihre Bewohner. Lokale Geschäftsinhaber berichten von einem spürbaren Anstieg der Besucherzahlen und einem entsprechenden Umsatzplus. Hotels und Pensionen sind voll ausgelastet und die gastronomischen Betriebe haben regen Zuspruch. Für viele Besucher wird die heutige Nacht in der Weltins Arena ein unvergessliches Erlebnis sein, das sie lange in Erinnerung behalten werden. Es fühlt sich wie ein Traum an, schwärmt die 19-jährige Laura aus Berlin. Taylor Swifts Musik hat mich durch meine Jugend begleitet und es ist überwältigend, sie live zu sehen. Alles in allem lässt sich festhalten, dass die heutige Veranstaltung ein großer Erfolg für alle Beteiligten ist. Die Fans haben bereits in den frühen Morgenstunden ihren Einsatz und ihre Vorfreude gezeigt und die Stadt Gelsenkirchen präsentiert sich von ihrer besten Seite. Bericht Anita Farke, Mittwoch 17. Juli 24.